...Bereit MJ Fraser und ich vermute auch sie wird uns eine Doppelschraube zeigen. Und das hat sie. Wir sind an Balken zur MI Fraser. Da hat sie sich noch mal gerettet, ein Balanceakt war das. Flick, Streck, Salto. Flick, Streck, Salto. Und jetzt freuen wir uns auf die letzte Bodenübung dieses Tages. MJ Fraser wird auf jeden Fall noch mal sprunggewaltig. Doppel, Doppel. Quasi Doppelsaldo gehockt mit Doppelschraube. Ich glaube, Salto durchstreckt in der zweiten Bahn. Doppelte Versackendrehung. Schade. Diese dritte Bahn. Doppelte Versackendmarket Vielen Dank.